Kümmerliche Vorstellung Nun, über nichts Besonderes Es könnte ja nicht schaden, wenn du etwas spazieren gingst Ich hole deinen Mantel Nein, danke Aber es ist zu kalt ohne Mantel Ich gehe ja nicht spazieren Aber eben wolltest du doch noch Nein, du wolltest, dass ich spazieren gehe Ich? Mir ist es doch völlig egal, ob du spazieren gehst Gut Ich meine nur, es könnte dir nicht schaden, wenn du mal spazieren gehen würdest Nein, schaden könnte es nicht Was willst du denn nun? Ich möchte hier sitzen Du kannst einen ja wahnsinnig machen Ach Erst willst du spazieren gehen Dann wieder nicht Dann soll ich deinen Mantel holen Dann wieder nicht Was willst du denn nun? Ich möchte hier sitzen Und jetzt möchtest du plötzlich da sitzen? Gar nicht plötzlich Ich wollte immer nur hier sitzen Sitzen? Ich möchte hier einfach sitzen und mich entspannen Wenn du dich wirklich entspannen wolltest, würdest du doch nicht dauernd auf mich einreden Ich sag ja nichts mehr Jetzt hättest du doch Zeit, irgendwas zu tun, was dir Spaß macht Ja Liest du was? Im Moment nicht Dann lies doch mal was Nachher Nachher vielleicht Hol dir doch die Corinis Tageszeitung Ich möchte erst noch ein bisschen hier sitzen Soll ich sie dir holen? Nein, nein Vielen Dank Weder Herr sich auch noch bedienen lassen, was? Ich renne den ganzen Tag hin und her Du könntest wohl selbst einmal aufstehen und dir die Zeit umholen Ich möchte jetzt nicht lesen Mal möchtest du lesen Mal nicht Was soll das? Ich möchte einfach nur hier sitzen Du kannst aber doch tun, was dir Spaß macht Aber das tue ich ja Ja Mensch, aber dann quendel doch nicht dauernd so rum Lubart Bist du taub? Ne Du tust eben nicht, was dir Spaß macht Stattdessen sitzt du einfach nur da Ich sitze hier doch, weil es mir eben Spaß macht Mensch Sei doch nicht gleich so aggressiv Hä? Ich bin doch nicht aggressiv Und warum schreist du mich dann so an? Ich schreie dich nicht an Und? Warum haben sie dich eingelocht? Hm, ich hab gestern meine alte umgelegt Jetzt ist endlich Ruhe und ich kann mich entspannen Jo, Serpentis am Start Ist das Video schon wieder um? Das geht immer so schnell Naja, hier gibt's noch anderes Zeug Bis dann Und betet mal zu Inos Haha